So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, wieder ein kleines Video zur Höhentour Global. Heute ist Sonntag, der zweite Tag der Höhentour. Wir sind in München bei Hannes mit Genaya, Pupsi und so weiter, sind am Freitag hingefahren, fahren am Montag zurück. Und gestern gab es ein Video zur Prodomorphose, wo wir dann also Kyoko und Groudon prodomorphosiert haben. Proto? Naja, wir haben die Prodomorphose durchgeführt auf jeden Fall. Und ich habe gezeigt, dass ich 200er von jedem habe. Das muss man den Leuten nochmal auf die Nase binden. Heute möchte ich mal kurz die Shiny-Ausbeute zeigen und sagen, dass ich alles bekommen habe. Dankeschön nochmal an Pupsi an der Stelle natürlich auch. Pupsi hat Rubin gewählt, ich habe Saphir gewählt. Da hat man wieder ein bisschen geduggelt, wenn sie was gebrütet hat, was ich nicht gekriegt habe, habe ich mir das von ihr abgeluchst. Ich habe ihr auch irgendwas gegeben, aber nichts, was sie brauchte. Sie will ja immer nichts haben, deswegen danke an Pupsi. Das war auf jeden Fall genial, dass wir uns da gegenseitig wieder so schön ergänzt haben. Wie ist das mit euch? Habt ihr auch jemanden gehabt, der mit euch zusammen das spielt, der die Gegenseite nimmt? Macht ihr das in der Familie, mit Freunden, mit dem Partner? Schreibt es mal rein. Jetzt möchte ich erstmal mit euch dann die Shiny-Ausbeute hier durchgucken. Der Akku vom Handy ist nämlich gleich leer. Was es ganz neu gab, sind natürlich auch immer die Pikachus. Die Pikachus sind sehr wichtig und sind in dem Sinne ja auch ein bisschen selten, weil die gab es ja dann oder gibt es ja dann jetzt einfach nur zur Höhentour. Und danach wahrscheinlich nie wieder. Das heißt, wer hier ein Shiny-Pikachu mitgenommen hat, ist auf jeden Fall richtig genial. Und jetzt sehe ich gerade was, was noch genialer ist und zwar, das hier ist ein Weibchen und das hier ist ein Männchen. Und beide Shiny und beide mit diesem besonderen Kostüm. Das heißt eigentlich, kann man die gar nicht nehmen und wegtauschen an jemand anderes? Ich hab so gedacht, naja gut, wenn ich eins hab, reicht mir. Das zweite ist frei zum Tauschen, aber eigentlich müsste man Männchen und Weibchen behalten. Aber da hab ich bisher nie drauf geachtet, dazu eigentlich ist es auch egal. Man kann also einfach eins wegtauschen. So, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Das Pikachu gab es neu mit diesem Kopftuch, sag ich mal. Sieht cool aus. Da als Männchen, als Weibchen, da. Dann gab es ein zweites Pikachu natürlich, was neu war, das mit dieser Mütze. Das ist auch hier am Start, seht ihr, das freut sich richtig. Da hängt die Mütze hinten raus. Habt ihr auch eins von den neuen Pikachus bekommen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es cool, dass das immer alles mit Pikachu gemacht wird. Die Leute sagen, schon wieder Pikachu-Kostüm, ich kann es nicht mehr sehen. Schon wieder neue Mütze, bla bla bla. Ich feier die Pikachu-Mützen, Sammlungen, alles komplett. Und bin immer froh, wenn es was Neues gibt. Bin immer traurig, wenn man es nicht kriegt. Aber noch gehypter und noch fröhlicher, wenn man es dann ähnlich hat. So. Dann gab es natürlich die Kognitubuchstaben. Und zwar gab es H, O, E und N für Höhen oder Hohen. Wie manche sagen. Das ist ein E. Das ist ein H. Das ist nochmal ein H. Das ist ein N. Und das war es auch schon. Das O habe ich schon gehabt. Das E habe ich schon gehabt. Das N habe ich schon gehabt. Das Einzige, was neu war zur Höhentur, war der Buchstabe H. Das war der Wichtigste. Und auch hier sehen wir, zweimal Icognito H ist am Start. Mega genial. Gutes Tauschmaterial, wenn man mal irgendwas anderes braucht. Und kann da ein Icognito H anbieten. Obwohl ich finde, Icognito kommen wir bei so vielen Sachen. Lass mal eine Safari sein. Lass mal ein Go-Fest sein. Lass mal sonst was sein. Da werden Wörter immer gebildet, dass das H nochmal kommt bei einem anderen Fest oder einer anderen Tour. Ist ja sehr wahrscheinlich. Gefühlt ist das Pikachu dann eigentlich seltener als das Icognito. Kam auch beides ja nur aus Rauch. Dann haben wir Waumpel hier mitgenommen. Waumpel, Waumpel, Waumpel. Ist nicht so interessant. Wingull ist hier ein Shiny dabei. Trasla ist dabei. Aber ist sie der Pokémon? Dann das erste Highlight von den neuen Shinies. Gewire. Gewire war ein neues Shiny. Ist hier am Start. Einmal, zweimal. Ich werde wieder das höchste Gewire entwickeln. zu Maske-Regen. Das ist eigentlich der Sinn vom Video, dass ich jetzt die Shiny-Ausbeute zeige und die Shinies, die neu sind, gleich entwickeln. Dass wir die sehen in den Familien. Das heißt, Gewire war neu. Ist ein bisschen kräftiger. Hat vom Hellblauen in das kräftige Dunkelblau gewechselt. Und Maske-Regen kriegt hier einfach Grün dran. Jetzt hat es gar keinen Shiny-Staub mehr da. Also kein Shinige Glitzer. Wenn wir nochmal drauf gehen, ist das Shinige Glitzer aber auch wieder da. Maske-Regen, auch cool. Habt ihr ein Gewire bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier Knills am Start. Flurmel, Flurmel, Ineco, Ineco, Flunkiefer. Sehr genial. Gibt es eigentlich nur aus Raids. Habe ich mich damals kaputt gemacht, dass ich da endlich mal einen Flunkiefer hatte. Kriegt auch nochmal eine Wegeentwicklung. Und da gab es sie einfach als Spawns. In den Habitaten war stark. Flunkiefer, Shiny-Flunkiefer mitnehmen. Immer eine gute Sache. Stolunior, Mediti haben wir hier. Plusle, Minun, Roselia. Schlupuk. Zweimal Schlupuk. Schlupuk habe ich mir fast die Haare rausgerissen vor lauter... Schlupuk wollte einfach nicht bis zum Schluss die ganze Zeit. Haben hier auch zwei Schlupuk. Das höchste Schlupuk werde ich jetzt wieder entwickeln. Schlupuk zu Schlup-Wech. Auch also ein neues Shiny, auch in einem extra Habitat. Das war, glaube ich, in einem Habitat mit grüne Wiese. Und das Mastgeregen mit Küste. So. Und dann gab es noch was ganz anderes. Das ist statt grün jetzt also blau. Leider fehlt da jetzt auch wieder der Glanz. Der Glanz ist wichtig. Hier sieht man keinen Glanz. Hier sieht man Glanz. Nochmal zurück. Jetzt ist es ja auch Glanz. Ich weiß nicht, warum das so verbuggt ist momentan. Schlupuk also da als Shiny. Schlupuk weg auch da als Shiny. Wir haben Kanivania. Wir haben Weilmar. Weilmar. Kamaub. Kamaub. Kurdl. Es gab die Regionalen aus der Höhenregion. In 10 Kilometer Eiern. Drei verschiedene. Kuddel, Relikan, Tropius. Und hier ist einfach ein Shiny Kuddel. Ein Shiny Kuddel. Und das finde ich mega genial. Das ist statt Rot eher ein bisschen gelblich gehalten. Das ist sowieso ein cooles Pokémon. Weil das halt einfach hier voll Dampf ablässt. Guckt euch das an. Shiny Kuddel. Richtig brutal. Richtig heftig. Dann gab es ein Shiny Pandir. Was auch nicht fehlen darf. Was eigentlich auch cool ist. Aber gab ja da keine neue Form. Soweit ich weiß. War also alles schon vorhanden. Ist jetzt nichts mega krasses. Knacklion. Okay. Tuska. Tuska auch neu. Im Sandgebiet sozusagen. Im Sandhabitat. Tuska. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das höchste Tuska wollen wir jetzt wieder hier entwickeln. Also mit 916. Einmal durchentwickeln für die Familie. Dass auch das abgeschlossen ist. Da wählt er das mit seinen Ärmchen. Finde ich lustig, dass Tuska normalerweise so schön saftig grün ist. Und hier sieht es halt aus, als hätte es zu lange in der Sonne gestanden. Ist schon ein bisschen eingetrocknet. Bisschen verdirrt. Auch Knock Knock Tuska. Sieht dann genauso aus. Einfach als wäre es halt welk. Als wäre es welk. Als könntest du es eigentlich gleich nehmen und in die Tunnel schmeißen. So. Hier nochmal den Vergleich. Tuska und Knock Tuska. Dann gehen wir weiter mit Sengo. 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 Lunarstein. Sonnenfell. Schmerbe. Krebskorps. Pupans. Anorit. Formio. Sonnenformio. Darauf hat sich Genaya abgesehen gehabt. Ich habe ja gesagt, ich kann dir ja eins abgeben. Ich habe nämlich schon vor der Tour eins gehabt. Und jetzt in der Tour wieder eins bekommen. Ich habe also eins zu viel. Kann sie meinetwegen haben. Kekleon. Oh mein Gott. Was ist da denn los? Kekleon. Wurde erst eingeführt. Zur Höhentour jetzt als Shiny released. An den Stops geklebt. Runder gerupft. Angeklickt. Verrückt geworden. Und dann ist da ein Shiny dabei. Und Kekleon. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass das halt selten ist. Weil eigentlich, wenn das jetzt einmal im Spiel ist, kannst du es ja jederzeit bekommen. Weil ja weiterhin an den Stops immer verteilt Kekleons rumsitzen. Du hast also jederzeit die Möglichkeit, ein Shiny Kekleon dann zu bekommen. Nicht wie Meltan, was nur zu bestimmten Events aus der Box Shiny sein kann. Denke ich mal, Kekleon wird halt dauerhaft im Spiel sein und Shiny sein können. Also ist das jetzt gar nicht so extrem selten. Die Pikachus müssten immer noch die seltensten sein. So, Kekleon auf jeden Fall trotzdem ein Highlight. Kekleon. Weiter. Tropius. Regional. 10 Kilometer Ei. Gebrütet. Ein Tropius. Statt diesem dunklen Grün. Eher ein sehr freundliches, helles Grün. Das sieht auch wunderbar aus. Und dann haben wir hier Palimpalim. 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 Schnäppke. Seemobs. Relikant. Das dritte Regionale. Auch aus Eiern. Auch gebrütet. 10 Kilometer Eirelikant. Der ist ja normalerweise so richtig braun und matschig. Sieht er aus. Hier diesmal ein schönes, seichtes Blau mit dem roten Punkt drin und dem Wasserhintergrund. Sehr schönes Shiny, sehr schönes Pokémon. Libiskus ist da. Latias. Ist auch wieder das Ding. Wer Rubin gewählt hat, hatte Latios in der Wildnis als Spawns. Und wer Saphir gewählt hat, hatte Latias. Da habe ich ein wildes Shiny Latias bekommen. Aber nicht nur eins, sondern auch ein zweites und sogar ein drittes. Drei wilde Shiny Latias bekommen, die ich nicht mal gebraucht habe, aber jetzt trotzdem habe. Raids. Ein Shiny Kyokra aus einem Raid gezogen. Ein Shiny Groudon aus einem Raid gezogen. Ist jetzt mittlerweile sogar das schwerste mit 1.591. Hat man ja letztens auch, glaube ich, ein Video mit, was das schwerste ist. Aber das lag bei 1.600. Also bin ich immer noch nicht drüber. Und das war meine Shiny Ausbeute von der Höhentour. Wie gesagt, die drei Regionalen waren richtig cool. Waren, äh, sind natürlich weiterhin verfügbar oder so. Aber halt nur in ihren Regionen, äh, ist sicherlich für viele ein Highlight. Für mich war gefühlt das größte Highlight eigentlich Kecleon. Obwohl das ja eigentlich trotzdem, naja, es ist kein Regionales. Es ist, es ist nicht wie Pikachu nur in dem Event da und dann nie wieder. Es ist eigentlich gar nicht so besonders. Es sieht auch gar nicht so toll aus. Aber irgendwie finde ich Kecleon hier in der Ausbeute am genialsten. Was sagt ihr? Was war euer Lieblings-Shiny? Oder was fandet ihr von den Shinies, die es neu gab, am coolsten? Fandet ihr Kuddel cool? Fandet ihr die anderen cool? Was sagt ihr zu Tusker? Welche Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr alles bekommen, was ihr bekommen wolltet? Gab es was, was ihr unbedingt wolltet und nicht bekommen habt? Und was ist von den Sachen, die ihr hattet, euer persönliches Highlight? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.